Hallo Leute, herzlich willkommen zu der Staffel 6 Folge 5 Folge 5 Ich will back, ich will back Danke, ja moin Und einmal, den wir lange nicht hatten bei der letzten Staffel, leider Javi Korni Moin Und den legendären Erdogan Ventoso Und den legendären Thorstar Thorstar Thorsten Läger Ne, muss man, der wird nicht so Und der hat mich D Produrge Bist du noch auf Chalet, Locker, TGM? Ja, ne Ja, ich würd sagen, wer sucht gleich die Operator für die andere auf? Ich? Soll ich das übernehmen, oder? Nein, ich will nämlich Jäger Elite sein Könnt ihr mich bitte im VP lassen? Nein Nein Ja, ok, dann... Heut rasiert Ey IQ Kannst du Deutsch? Ey Toaster, kannst du Deutsch? Teutsch Teutsch Ja, ich schon Wo kommst du? Ich schon Warum nimmst du den HH? Was soll der Scheiß? Ein Kumpel von mir heißt mit Nachnamen Harke und sein Dad hat einen Fischladen und der Fischladen heißt Puma Kumpel von mir ist simsum und seither Ah, ok Willst du jemanden grüßen? Weil, wie nehmt gerade aus? Ähm Ne, ich brauch eigentlich keinen grüßen Oha Eiskalt Er grüßt! Er grüßt! Ich habe über 3 Milliarden Ich bin berühmt als PewDiePie Ja PewDiePie ist mein Vater Nein, so berühmt nun auch nicht Ich bin eh gerade nur am testen, weil mein PC am Arsch ist und ich muss verschiedene Sachen ausprobieren um ihn zu reparieren Und warum testest du denn? Und warum testest du denn? Und warum testest du denn Rainbow? Ja Grüß jemanden schnell, damit du nicht disconnectest Naja gut, ich habe dir mal eine Anfrage geschickt Vielleicht kann man ja irgendwann mal zusammen spielen, wenn er am PC geht Wen grüßt du? Ne Ey, wen grüßt du? Meine Mutter Spaß, ne, keine Ahnung Seine Oma Loll, wie behindert ist denn Ella? Ich stand da 3 Minuten Sie schießt auf mich Auf den Kopf Was ist das denn? Was ist denn hier los? Okay, ich mute euch Okay Was machst du denn? Du starrst da die ganze Zeit drauf Obwohl da gar nichts Oh, der Ashes ist offen Am Ende steht da so einer Ey, was macht ihr denn? Kommt her Ah, da ist Ela Ja, habe ich auch schon bemerkt Ela Ela Ella Ella Meine Mutter, meine Mutter heißt Ella Ja, ja Meine Mutter heißt richtig Ella Meine Tochter, meine Schwester heißt Calvera Ella heißt die Mutter Meine Schwester heißt Calvera Und meine Frau heißt Teebana Meine Frau heißt Ella Meine Frau nicht, die heißt Teebö nicht Und mein Bruder heißt... blackbeard und mein vater ist kapitao heißt dein vati auch kapitao die wollen mich verarschen Alter Der dropshottet mich Ey, 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 ist sie coming Ruge ist nur drinnen Dankeschön Ich glaube, dass Jäger oben auf diesem... Ja, ich weiß Nein, nicht mehr oben Jäger ist schon tot Nicht mehr oben Jäger ist oben Gleich geht er Der ist dahinter Ich schwöre 100 Der darf abendet Ich glaube, ich muss Nachlagen Da sind wir hier Er muss pissen, aber er geht nicht Nur noch einer vom eigenen Tod Hinter der Couch Ja, bitte mit Ne, der ist gleich, wenn du bei der Tür reingehst Links ist Bandit Äh, oder rechts Ich glaube, links oder rechts, keine Ahnung Äh, ist der jetzt eigentlich dumm? Hat er sich nicht Wiederholungen angeschaut Einen hat er Einen hat er Einen hat er neutralisiert Ja, Alter, alle reporten Verdächtiges Verhalten Schön erstmal reporten Und übrigens muss euch Youtube sagen Äh, Coni Äh, was darf ich sagen Crazy und Bug haben uns verlassen Ist mir eigentlich auch shit egal Aber dafür werden neue Leute Coni ist dabei in dieser Staffel In der nächsten zu nächsten hundert향lichen wir können Über, 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 nächsten Staffel auf noch dabei. Was heißt schon, dass wir gerade das tun, ne? 500. Staffel. Ach, Staffel. Den Raus verbarrikadieren. Ey, deswegen haben wir gesagt, wir müssen den Saar-Gut-Behälter schützen. Ähm, Bandits? Take your Bandits, wenn der... Okay, es hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich bin nach oben gegangen, bin durch die Luka wieder runter. Könnt ihr mal ruhig sein, bitte. Warte, ganz kurz ruhig. Bitte. Oh, nee. Take, ähm, Banditwinder, take Hibana or Thermite. Ups, Salah. Miau, miau. Ist das so okay? Habe ich das erst mit? Und jetzt nicht mehr. Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. Aber später. Kann ich nicht abschließen? Nein. Oh mein Gott, ich habe ihr ins Herz geschaffen. Ich habe keins. Ich habe kein Herz. Headshot. Komm. Geht halt. Geh weg. Junge, ich habe kein Herz. Wie oft willst du es noch verstehen? Schwarz ist noch. Nein, Mann, noch schlimmer. Weiß ist noch. Was, was ging schwarze, du n***er? Äh, schärve Jekyll. N***, 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 n***. Help me. Help me. I am n***er. N***er müssen helfen, danke. Der wahre n***er ist deine Mutter. Das kann nicht sein. Als hat dieser T-Weeper-Hack... Hä? Einer ist schon drin. Mentose, wo bist du denn? Ja, da... Oh mein Gott. Da ist doch einer. Oh mein Gott, bist du... Oh. Integration coming. Oh. Du wirst verfolgt. Wer da ist echt? Alter, es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Schade. Nice try. Aber schön. Trotzdem, Alter, rein. Ich hätte es geschafft, aber... Ding, ich... Ventose macht ja scheiße. Ja, Ventose, ey. Hey! So gut! Ha, Ventose ist... Ventose ist scheiße. Ventose ist kacke. Er ist nun noch Bronze 4. Bronze 4. Bronze 4. Ententanz. Ententanz. Ventose, äh... Mato, schick mir dann bitte Aufnahme. Voll leben! Nein! Außer du willst dein Handy... Vollhaben! Hello! Ich hab iPhone 8 bekommen, ne? Ja, aber nicht mit 500 GB. Mein Videos sind immer 500 GB groß. Ne, mit 64 GB, aber es reicht doch. Ja, aber... Nein, nicht für meine Folgen. Nein, sind sie nicht. Und oben. Conny, 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 Conny! Nigga, Nigga, Maxi, Nigga. Maxi! Ich bin kein Nigga, ich bin blond. Hä? 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 Was hat das damit für Blut? Was hat... Halt die Fresse! Blonde sind geil! Blonde sind heilig! Blonde sind heilig! Ja, also sag Blitz, was wolltest du sagen? Heils Maul! Hahaha! Das freut der Sacki! Das ist der Tor wärmten! Ja, so stimmt, was wolltest du? Ey, Blitz kann hier jetzt rennen, dabei ist ja ein Schild ausgefahren. Voll geil! Nein! Nein! Der konnte immer rennen! Hahaha! Da sind wir älter und die sind sicher! Ja, schaut mal! Das sieht so dumm aus! Das sieht so behindert aus! Ach nee, warte! Machst du Sport? Ja, und zwar sehr viel! Ja, Mann! Weißt du, Club? Echt? Geht gar nicht! Ich... Ich mein Conny, aber egal! Sprengmine zerstört! Schwarzes Auge! Ja, da ist oben! Ja, wo soll sie sonst sein? Keine Ahnung! Ja, die ist gerade in meinem Bett, ne? Die holt mich gerade hinunter! Ja, eigentlich ist... Ja, das ist korrekt! Wie schön die Schminke an dem Schwanz abstreifen! Entschuldigung! Hahaha! Iiiiihihi! Äh... Conny, hast du Sprengladung? Ja! Ich mach aber jetzt nichts! Mach! Weil Kyure ist tot! Ich glaube, bei mir ist gerade irgendwer... Hat irgendwer ACOG? Ja! Ja! Geht mal her! Hier hoch zu mir! Stell dich mal direkt hier hin und du kannst alles sehen! Die fixst alle! Ich verspreck's dir! Nicht! Ich geh nach oben! Nein, ich geh... Nein, ich geh... Nein, ich geh oben hin! Auf den Turm! Weil Kyure ist tot, ne? Hab ich gerade den Headshot gegeben, der Schlampe! Der Mizzet-Nigge! Der Mizzet-Nigge! Hol' ich mir! Hol' mir die Wichshuren! Ey! Bitte kinderfreundlich! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Eine Drohne wurde aktiviert! Brauchst du Hilfe! Ich glaube... Ist eigentlich in irgendeinem Raum! Warte, der hinten ist! Weg! Feindliche Aktivitäten! Besicherung des Behältes Fortfahrens! Neutralisiert ist! Hä? 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 Ich hab' ihn gemessert! Nein! Hä? Man hat den Aufnahme gesehen! Ich hab' ihn dreimal gemessert! Da? Da! Junge! Fentoso hackt! Ich muss ihm jetzt... Mach' mal keine Scheiße und spiel' Ey! Ey! Gib' mir Jäger! Bitte! Ich muss ihm jetzt... Gib' mir Jäger! Bitte! Jäger! Nö! Er ist immer noch nicht frei! Ey! Kann ich Jäger! Gib' mir halt jetzt bitte! Nö! Ey! Du willst mich ficken, du Bastard! Ich hab' ihn dir gegeben! Hast du mir gar nicht! Doch! Du hast ihn sogar noch... Er hat ihn sogar noch rausgewählt! Den Bio-Gefahrgut will älter schützen! Ah! Falsche Seite! Ach! Wer war das? Wer hat... Wer hat er jetzt ernsthaft aufgemacht? Ich hab' keinen C4 und keine Schrot! Ich bin Frost, das müsstest du wissen, dass ich kein C4 hab' Hey! What the f***? Was ist das f***? Was ist das f***? Bei dir... Bei dir... Bei dir Bandit war ein... Null! 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 Ich hab' noch 500 Ey Conny! Damit du kein leichter Gegner bist! Ich schieße mich einmal an wenn du rausierst... Nein.. Schieße mich nich. Du hast die Brhic结m weaknd gemacht, 2000 ist jemand geraten... Conny Conny is the only.. Only... Das Gerät ist im mód Conny is the only man... Orkiddy Corny ist ein Kiddy, oder? Nö, finde ich gar nicht Ja, ich bin tot Hauptsache erstmal nochmal die Wand fertig 3 30 Warum bist du tot? Ich? Weil ich eine Wand zugemacht hab und das wegen Corny das Fenster aufgemacht hat Also du darfst nie ein Zimmerer sein, ne? Ein was? Zimmerer Ein was? Die Leute die Wände machen Indaria Jaaaa Ich spiel mit mich selber in mein Leben Du bist eh tot Ja Corny! Wo bist du? Liebe Mama Conny 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 Bei mir sind welche Döp 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 Er ist gestorben Also ich hab keine Lust mehr wegen dem Milcher Der Gegner versucht nicht mehr den Gehörter Die Gegner sichern den Gehörter Die Gegner sichern den Gehörter Warum wusste er das? Er hat sichs gedacht Was heiß ich Junge? Warum Weil hundert Leute dort immer stehen? Hä? Ja Ventoso Ja Ventoso Ja Ventoso? Ja? Ja? Ähm Achso Das war's mit der Folge Es hat euch gefallen Auch wie wir verloren habt Ernsthaft? Jetzt schon Machen wir noch eine Kommt Willkommen zu In der nächsten Folge Willkommen zu PlayerUnknown's Battlegrounds 2.0 Ciao Ciao